Ciao. 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 Okay. Ich würde sagen, jetzt ist der Cut vorbei. Und hallo. Ahu. Da sind wir wieder. Der sieht ja komisch aus. Der macht Spaß. Wollen wir mal mit dem Rennen starten? Dem geht's nicht gut. Er ist tot. Oh. Scheiße. Der arme. Das tut mir leid. Mit meiner Sicht wie Brillatormunition wiederzubeleben. Gute Idee. Ich kann nicht rennen. Jetzt kann ich rennen. Ah. Grünes Zeugs einsammeln und Pfeilen entlang. Genau. Oh. Zu früh abgebogen. Shit. Du hättest ein Aberkirky links abbiegen müssen. Ein Aberkirky? Oh. Oh. Ich liebe diese Rennen. Das ist so schön so schnell zu sein. Ich auch. Ich find's total gut. Mein Name ist Barry Allen. Entschuldigung. Fuck. Adalan. Du musst doch nur den Pfeilen folgen. Hab keine Pfeile. Hab nur brennende Wände. in den Weg nach. Pum. Pum. Oh. Pum. Pum. Oh. Das ist asozial. Ja. Wie verschwinden die wenn ich durchlaufe. Ich weiß jetzt. Wo muss ich lang? Ah da. Feuerwand. Aua. Hast du jetzt nebenher noch ein Cluster eingesammelt? Ja. Du Assi. Wieso bin ich der Assi? Weil du ganz entspannt hier auf Goldkurs oder so läufst. Ja. Und dann noch Cluster aufsammelst. Ja. Das ist nebenher. Als wär das nichts. Gar nichts. Hallo. Das schütte ich doch als Profi. Locker aus dem Handgelenk. Ja. Dass du locker aus dem Handgelenk bist denk ich mir. Dazu sag ich jetzt mal nicht. Jetzt muss ich wieder auf dich warten ey. Was denn? Worauf denn? Warum denn? Wieso denn? Achso. Hast du mit mir abgeschlossen? Ja klar. Okay. Äh. Ja. Ich wollte das für die Feier. Ich brauche neue Munition. Ja. Und dann kann man wahlweise noch mehr ein Leben mit zu machen oder ein bisschen von der Hauptquests. Weiß ich nicht. Ich kann den Panzer cool. Der hatte was. So nochmal Bargeld abheben. 3.000. So. Bargeld ab wie ging das noch? Äh Tabulator und dann ist das unten in der Mitte. Tabulator und dann ist das unten in der Mitte. Tabulator Bargeld. Guck an. So. So. Ich bin da und ach du bist schon beim Friendly Fire. Ja. Es ist die Frage, kann man im Multiplayer auch die Phops hacken? Soll ich nicht. Hallo. Friendly. Ne Wasserpistole. Du was? Auf Waffen am Gateway zugreifen. Hä? Ne Wasserpistole gibt's hier. Also zumindest an der Wand. Oh. Okay. Schaden. Übernehmen. Schaden. Übernehmen. Schaden. Übernehmen. Schaden. Schaden. Übernehmen. Was heißt denn harter Kerl? Oh. Was Gutes. So. Bin fertig. Okay. Ich bin grad für überlegen welche Waffe ich verbessern soll. Man kann Straßenraube gehen. Gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld. Sag mal. Was denn? Die haben mich einfach angegriffen. Gib mir dein Geld. Ische. Gib mir dein Geld. Was denn alles. Wollte sie nicht. Okay. Ich hab. Ich hätte den Hinweis lesen sollen. Dann hätte ich wahrscheinlich irgendwas noch festgestellt. Wann genau Leute auf der Straße berauben kann. Jetzt zieh ich die einfach mit der Waffe an und wenn die mir nichts geben erschieße ich die. Sag mal. Sind wir noch da drin? Ja. Ich hab mir eine neue Waffe gekauft und die ein bisschen verbessert. Damit ich nicht mehr nur auf meine MP angewiesen bin. Jetzt habe ich nämlich die hier. Ich studiere jetzt beim Aufprall. Ah, cool. Und ich habe ein Schwert. Ein Schwert? Ja. Ich brauche Geld. Au! Das ist großartig. Zeig mal das Schwert. Was zu... Au! Du solltest Zeigen nicht ausprobieren. Das ist so großartig, dieses Schwert. Das ist einfach... Boom, boom, boom. Oh, großartig. Wieviel kostet das Schwert? Ich habe es in meinem Gateway gehabt. Für mich war es gratis. Hast du es in deinem Gateway nicht? Ich glaube nicht. Oh, guck mal. Die wollten tanzen. Wolltest du mit dem Auto fahren? Ich kann Autos fahren, ja. Alter. Bist du im Auto drin? Ich bin im Auto drin. Sehr gut. Wohin geht's? Äh, dann lass uns doch die Hauptquest machen. Hauptquest. Tab, Aufträge. Die Flucht? Ja. Äh. Ah. Okay. Bis irgendeinem Grund habe ich jetzt voll Bock, Thirteen Monkeys zu sehen. Wie ist das so? Ich glaube schon Ja, mit einem Schauspieler Der von Die Hard Wie heißt der denn noch? Bruce Willis Ich glaube, hier hoch müssen wir So, also So, erstmal Cluster einsammeln Ich bin gerade ein bisschen das falsche Gebäude hochgerannt Nicht schlimm, ich sammle hier noch Cluster So, ich muss hier eine Tür öffnen Zack Kannst du das eigentlich sehen? Oh Gott, sind wir doof Aufschießt du? Damit du identifiziert musst Es sieht besser aus, wenn du durch die Tür gehst Ja Das passt auch besser zu meinem, ich sage mal, Flash-Outfit Uh, Portalreise Glaubst du, im Workshop gibt's einen Anzug, der aussieht wie der von Flash? Bin mir ziemlich sicher Glaubst du, im Workshop gibt's so einen, der aussieht wie Savitar? Auch da bin ich mir ziemlich sicher Man könnte ja rein theoretisch mal nachgucken gehen Ja, aber hinterher Ja Oh, ne Kimme Ja, zum Glück ist alles großzügig sensiert Wache, ekelartigende Menschen Neben mir ist Gronkh Bitte? Neben mir ist Gronkh Nackt Davon träumen viele Menschen, hallo? Ja Vielleicht Ja, aber auf den Nacken Silversurfer können, weil ich verzichten Tschüss Müssen wir jetzt die Kisten durchsuchen? Nein, wir kotzen jetzt erstmal Achso, natürlich, klar Wir lassen uns unser Frühstück neu durch den Kopf gehen Ach, sind wir jetzt tatsächlich aus der Simulation raus, ja? Das ist unser Körper Wir sind aus der Simulation raus, genau Ah, nein, das ist es Oh, warum läuft das eh schon ab? Äh Ach, was zur Hölle, du hast noch gar keine Karotten gegessen? Reihe Ach, ich hätte an dieser Stelle eher ganz andere Fragen Wo sind wir, warum sind wir nackt und was zur Hölle riecht hier nach Backwisch? Was ist hier los? Ist mir hier lang? Ah, du darfst Stehe Oh Ähm, nichts So Jetzt sind wir bewaffnet Ja Bedeck bitte deine Blöße mit dem Gewehr Das tut mir erst dafür leidest, zu klein Oh, ho, ho, ho Oh, ho, 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 ho Übel ins Kopf, das geht mehr EP Verstehe Ich auf mich Verstehe Erledigt Hier gibt es die Tür Deine Rübe Die war genau vor den Rüben von den Gegnern Und wusste nicht, wohin ich schießen muss Tut mir leid Kommt nie wieder vor Ja, hoffe ich Da sind Alien-Schiffe Oh, meine Treffergenauigkeit ist heute mal wieder Beeindruckend? Ja Ja Aber genau so Hab nichts gesagt Schnauze Bei Sniper Elite war es gut Ja, da hast du auch Zeit zum zielen Ja Wißt du, das kann ich Dieses hin und her Gerenne und auf Dinge schnell schießen, das ist nicht gut Ich bin zu alt für sowas Das weiß ich ja, du warst ja seit 48 Jahren nicht mehr on in Twitch Ja, ich Ja Ich find das auch echt traurig, dass ich schon so lange nicht mehr gestreamt hab Oh, das gibt so viele EP hier, ach EP Da kommen Menschen mit Schilden, äh, also Aliens mit Schilden Warum gehst du weiter nach vorne? Okay Okay Dann geh ich schon zurück Wow Oh, die Waffe wird heiß Obwohl ich Einzelffeuer an habe Wenn man einen Einzelfall abgebe Ha Oh Siehst du mich oder siehst du dich? Ich seh mich Okay Siehst du dich oder mich? Ich seh mich Ah Hoch Hoch Huch Huch Ratatatatatatatatatatatatatatat Lasst euch das mal durch den Kopf gehen Wer ist das? Der Vizepräsident, hallo? Achso. Ja siehste, der hat einen schönen Jumpsuit an. Den Jumpsuit, den gibt's allerdings. Ja, aber der braucht einen roten mit einem Blitz drauf. Ja, ich schildere gleich mal durch den Workshop. Ja, machen wir gleich. Das interessiert mich jetzt auch. Oder halt Savitar, Savitar wäre echt cool. Was haben wir noch? Zoom, Reverse Flash geht auch noch. Ich bin der Präsidentin. Wann hat er sich so ein Schuss geworden? Schau, Kinsey, ich bin immer ein Schuss. Ich bin nicht da, wo du bist. Ich bin nicht da, wo du bist. Ich bin nicht da. 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 Ganz ehrlich, so platt und schlecht der Humor des Spiels ist, das trifft irgendwie voll ins Schwarze. Ja. Oh. Bist du jetzt fliegen? Äh, ich fliege zumindest. Fliegst du? Flieg ich? Fliegst. Oh, du fliegst. Ah, okay. Aber du kannst auch feuern, ja? Oh, huch. Kannst du feuern? Ja. Obwohl, warte. Nein, ich glaube nicht. Oh Gott, das Lied. Oh Gott. Du hörst das Lied nicht, ne? Nein. Ich brauche überhaupt nicht, äh. Ich brauche überhaupt nicht steuern. Großartig. Oh, da runter müssen wir, okay. Und dabei warte es Lauf im Hintergrund. Halleluja. Ja, du musst überhaupt nicht lenken. Was? Nein, muss ich auch nicht. What is Lauf? Ich stelle es mir vor, ich höre es ja nicht. Ja, es ist sehr lustig, um mich garantieren, weil es leider das komplett Original-Lied ist und ich versuche da jetzt einfach drüber zu labern. La 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 la. Oh, bam. Rab-belam. Ding-dong. Rab-belam. Boah, Alter, so viele... Gegnerschiffe sind das, ähm... Singleplayer nicht. Ups. Was tust du? Ich flieg dagegen! Boah, ich bin nicht schlecht. Ich fülle jetzt nochmal alles. Oh. Gescheitert. Sein Partner wurde getötet. Danke. Vom Checkpoint aus. Ah. Oh Gott, echt noch von vorne. Los, mach eine Bälle, mach deine Fassrolle. Alter. Fährst du so auch in Landwirtschaftssimulator? Ja. Oh Gott. Da ist das aber nicht schlimm. Das glaube ich nicht. Wie spinnt man denn? Brauche ich nicht. Ah, echt? Oh, ja. Tatsache. Mehrfach lässerster. Wuhu. Wuhu. Braucht man noch nicht. Der muss ich ja nicht. Was? Oh. Oh. Battleroll. Was? Oh, ich nicht. Ich kann... Das heißt, ob... H. Uh. Das ist zu knapp. Was? Warum? Hat doch geklappt. Alter, wo sind wir im Bauch des Sarlacc? Ein Hintergrund vom PLG. Ah, okay, verstehe. Ich verstehe. Wir sind nicht wirklich die anderen, sind wir? Hell no. Wir nehmen den Kampf mit Zinyak. Wir brauchen alle Hilfe, die wir bekommen. Kinsey, kannst du in Kontakt mit Oleg? Ja, wir sollten in der Lage sein. Wer ist Oleg? Er sieht auch so aus wie ein Oleg. Hier ist die S. Hey, you need to take her? You know anyone with the 217 80-Code? Is that St. Louis? You probably tell Margeta. Uff. Ignore. Geh ran, Oleg! Meine Fresse! Ja. Ich kann ihn nicht so ausprobieren. Oh man, das stimmt. Das stimmt. Eintracht Kenzie, kannst du das Ding benutzen, um mich zurück in die Simulation zu stellen? Ja, ich denke, ich sollte es sein Warte, willst du zurück in da? Du kannst nicht zinniere Zinni auf dem Computer Ich kann viele Menschen auf dem Computer Du? Klar Du musst Hilfe setzen mit dem DVR Ey, Videorekorders sind auch echt schwierig, wer kann denn heute sowas noch verdienen? Ja, ich weiß, dass die Lehre unserer Schulzeit das allesamt nicht kommt Ja, Trump will sowas bewaffnen Und das ist das Ding Unfassbar So, das war's mit der Erde Das find ich blöd Ich mach die Serie nicht mehr, ich guck nicht weiter Ja, wir können aber nicht aufhören zu gucken, wir sind die Serie Oh fuck, du ein Scheiß, ich auch Delete Wär Oleg mal drangegangen, ne? Ja Ist Oleg jetzt tot? Oleg ist jetzt tot, ja Der arme Ey, weißt du was das ist? Das ist der Moment, um zu schneiden Echt? Ja Genau jetzt Der Moment? Gut, dann nehmen wir diesen Moment, um jetzt zu schneiden Die Echte Welt geschafft Eingabe zum Fortfahren Alles klar Auf Wiedersehen 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 Bis zum nächsten Mal.